So, das, 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 das. Natürlich wieder kein Plaster dabei. Hi. Oh, f*** nicht, ey. Das, hol ich mir das hier. Hi. Hi. Oh, endlich habe ich den richtigen Fisch. Glaub ich, dass das richtig ist. Geh ran, geh ran, geh ran, geh ran. Nice. Ja, Plaster ab. Nö. Für was brauchst du? Ach so, Plaster brauchst du jetzt, um zu erweitern. Boot. Da. Nein. Warte mal, ich habe doch Blueprints. Ich kann doch hier bestimmt am Tisch was machen. Nö. Was ist das? Empfänger und Antenne. Hä? Ach, nein. Meine. So. Öffnen. Ähm. Wo haben wir es denn jetzt? Oh, okay. Hab ich doch. Ach so. Hä? Gehst du mal raus? Warte, warte mal. Ich habe doch Nägel. Warum kann ich dieses Sammelnetz nicht herstellen? Nein. Hast du oben eine Nagel reingelegt und auf Erforschen gedrückt? Warte. Äh. Erforschen. Lernen. So. Genau. Das war zu weit. Hier ist für dich schon mal deine Vogelscheuche. Warum für mich? Was soll ich mit einer Vogelscheuche? Spielen. Warte, du bist eine Frau und die Vogelscheuche ist ein Mann und... Naja, du weißt doch, ne? Warte, du bist eine Frau. Wenn ich könnte, würde ich dich... Geht nicht, haha. Ich weiß sowieso nicht, wieso ich eine Frau bin. Was geht nicht? Äh, mich reinzuschubsen. So, ich hab jetzt einfach mal zwölf Seile hergestellt. Ah! Irgendwie immer dieselbe Tortur, was du da abziehst. Guck mal. Ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich hoffe, ich hab das richtig platziert mit dem Netz. Ich hab's gesehen, dass du unseren Kurs so verändert hast. Oh, jetzt krieg ich... Warte mal. Ja. Ich ruf gleich zurück. Ich bin in der Aufnahme. Ah, war immer. So, jetzt haben wir das wohl erst einmal wieder. Ähm, hier Eik, hast du noch ein Paddel? Rechts ist ein Raft. Siehst du's? Ja, ja, ich seh's. Ich muss, glaub ich, minimal sogar gegen den Strom lenken. So, jetzt kommen wir nicht mehr hin. Du kannst ja versuchen rüber zu schwimmen. Ja. Warte, ich habe ne Idee. Und tschüss. Und tschüss. Ah. Ah. Ja. Ja. Warte, ich hab ne Idee. ich habe gleich was wir alles bekommen kiste eingesammelt das ding geht ja genau das ist immer so da muss man sie ich habe ein scharnier das benutze ich aber zum erforschen und das wort du siehst ja da hinten das war eine super insel wenn du noch genug paddelkraft hast das ist noch etwas über ein drittel voll haben wir einen anker? na ok dann lass zu spät ich paddel da haut uns ein päckchen ab wie? du hast irgendwas getroppt mein paddel scheiße hab schon wieder eins das war aber so klar warte mal mit kuh droppt man oder? ja gut kuh ich muss also das droppen woanders hinlegen eindeutig muss ich dann später gleich mal machen da brauchst du nicht mehr hin wir haben ja eh keinen anker ey ich krieg das wieder hin dass wir dort bleiben ey lass dann wir brauchen da nicht hin nein wir sind gleich da hei 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 ich hab dir das paddel hingeschmissen stein und seil und plaster ich hab ja die axt ich kann oh ich kann knew hei 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 heii ne gucken was muss da oben ist noch ein baum hier ist noch etwas zu futtern ich sag mir so wenn das paddel kaputt ist kann ich das schiff nicht mehr aufhalten dann soll es auch nicht die ganze zeit paddeln ok ich hab ich hab essen falls du dir mal anschaust und ja aber jetzt mal ernsthaft tschüss komm zurück die steuer doch schon die ganze zeit dagegen ich bin drauf hier liegt eine wassermelone und eine kokosnuss und eine ananas für dich drinnen so mein paddel die dutch kommt da hin was brauche ich noch für so ein zweites netz vier seile sind wir die fahrer moment ja jetzt sind sie weg ich hab sie noch ich wollte dir das ersparende haken zu benutzen du siehst doch dass ich da meinen tal hinwerfe ja daco wie du mir so ich dir allein wie du mir so ich dir so häufig wie ich das jetzt gemacht habe du übertriffst mich in der hinsicht um das hundertmal hundertmal mindestens hast du das schon gemacht ja einmal du hundertmal dann stimmt nee oh doch nee 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 Kartmann Wow, ich brauche ein bisschen was anderes, zum Beispiel ein Plaster. Ich brauche gleich der Plaster, Plaster. Oder Stein. Na, einen Stein habe ich. Das war's. Und wie viel brauchst du für einen Anker? Ich glaube noch drei und drei Seile. Also insgesamt vier Seile, vier Steine, zwei Planken. Holz habe ich mehr als genug, aber ich brauche noch Plaster, um das Boot ein bisschen zu erweitern. Ein. Genau wegen dem da. Äh, 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 Darko, 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 da hinten ist hier so ein Raft. Das kriegst du nicht mehr hin. Das müssen wir vor und sehen nicht seitlich von uns. Ich versuch's einfach, solange dieses Paddel aushält. Toll, jetzt spawnt nix mehr mit Neues. Doch, warte, ich paddel zurück. So, zurückgepaddelt ein Stück. Muss reichen. Wow, ich hab mein Ding kaputt gemacht. Selber's kaputt. Ich brauch Plaster ernsthaft. Hier. Sechs Stück, nice. Kann ich mir wieder so einen Anker machen. Und... Ich hab'n, ich hab'n zweiten Stein, ist in der Kiste. Gott sei Dank, wie lang geht die Folge? Die, 13 Minuten. Ist schon die zweite. Ne, ist schon die zweite. Ich hab'n mittendrin, äh, ausgemacht und neu gestartet. Was warum? Also das ist jetzt Folge 2. Kann man die Kacke hier nicht machen? Was? Ich hab'n alten Schuh geangelt. Mit Erde drin. Wie, mit Erde drin? Da ist Erde drin. Das Ding kann man da aufstehen? Ja. Vor uns kommt schon wieder die nächste Insel. Wir bräuchten noch einen Stein, würde ich sagen. Da kommen zwei Kisten. Da sind noch zwei Fässer. Ja, mein Ding... Aber steuern nicht zu weit hin. Ne, mein Dingeling ist kaputt. Mein Ruderle. Das sind sogar drei Fässer. Das sind sogar drei Fässer. Da wird doch ein verdammter Stein drin sein. Hoffentlich. Hoffentlich. So. Nein, keiner drin. Nein, nur eine Kackkartoffel. Ich hab' eh kein Paddel mehr, das ist jetzt kaputt. Ja, gut. Und dafür brauche ich auch wieder Plaste und das will ich jetzt erstmal für hier hinten verwenden. Was an Plaste hier reinkommt. Aha, cool. Einmal. Was ist das? Große Anwurfsfläche. Und einmal. Wieder kein Stein. Wir werden noch genug in den Team. Jojo. Ehhh... Tut 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 tut. Das... Oh. Hier. Unser Glücksbringer. Oh wow. Stinkende Katze. Ich hab' einen Stein im Übrigen. Bau dir schnell einen Paddel. Schnell einen Paddel bauen. Paddel? Ne. Anker höchstens. Paddel. 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 Nur ein Paddel. Fitness Raft. Hast du viel Kunststoff? Äh... Ich hab'n Paddel. Dann Paddel zum Raft rechts in der Ecke. Das ist sogar ein großes. Ich muss kurz was fordern. Wechseln wir uns ab beim Raft besuchen. Also, dass ich jetzt draufgehe. Kannst du gar. Ist mir egal. Ja. Damit man auch ein bisschen Inhalten der Folge hat. Ja, klar. Oh, ich muss bald wieder einen Sperr machen. Ich hab' noch einen. Und da ist sogar eine Insel. Wenn du Glück hast, dass in der Kiste... Oh, also die Kiste steht hier oben. Wenn du Glück hast, dass in der Kiste einen Stein dann schaffen wir's drauf zu gehen. Ich hab' drei Steine. Ich hätte einen Anker machen können. Ah, nee. Ich brauche vier. Stimmt. Kann das sein, dass hier zwei Kisten sind? Ja. Ah, nee. Nur das kleine untere ist eine Kiste. Entschuldigung. Spring drauf. Wow. Äh... Einfach schon erstmal zurück. Nicht schauen. Da ist keine weitere Kiste drauf. Und? War ein Stein drin? Nee. Aber... Glas... Äh... Kletterpflanzen... Glibber... Ne... Ne Kartoffel... Ne Kartoffel... Und noch irgendwas, was ich nicht gesehen hab. Äh... Du musst rausgehen aus der Kiste. Ja, die sehe voll. Was hast du da alles reingepackt? Samen. Ja, warte, ich nehm das an mich. Das hier kann ich sowieso nicht brauchen. Dann bau doch endlich mal ein Beet. So. Dann bau dir doch mal ein Beet. Ähm, soll ich das... Glas... Das verbraucht sich ja beim Erforschen, oder? Ja, das verbraucht sich. Soll ich es zum Erforschen verwenden? Kannst du machen. Oh, cool! Dann haben wir das hier, Alk. Was ist das? Fortschrittlicher... Ähm... Dauer... Irgendwas. Okay. Ich hab alles verstanden. Ich bräuchte wirklich einen verfickten Stein, dann könnte ich uns instant einen Anker machen. Ich sag nur so, hier ist weiter bereits keine Kiste. Kein gar nichts. Oh, Plaste, Plaste, Plaste... Das war Holz. Ah, du und dein Plaste. Ja, Bootarbeit dann. Allein Plaste, Plaste, Plaste. Oh, das war Holz. Als könnte man Holz und Plastik nicht auseinander halten. So, noch zwei Plaste und dann haben wir hinten das Ding auch fertig. 20... 20... So. Das reicht, glaube ich, erstmal, oder? Du kannst ja schon große Beete bauen, wenn du willst. Ich hab dir was besseres hingelegt. Schlimm genug, dass du mein Essen klaust. Ich hab dir wenigstens Obdach gegeben auf meinem Floß. Du kannst mich auch gerne aussetzen, das würde mich auch nicht stören. Doch, spätestens wenn der Heimer kurz Schnapp-Schnapp macht, bist du wieder auf unserem Boot. Äh, nö, setz mich auf irgendeiner Insel aus. Gib mir ein bisschen was für Beete und so weiter, dann bin ich zufrieden. Ja, da will er sogar noch was haben, dafür, dass ich ihn aussetze. Außerdem, dein Boot? Wo steht das, dass es deins ist? Außer, dass du hier den gammigen Schuh hast. Und ne geile Winkelklatze. Alleine Klatze. Ähm, da rechts ist ein Raft. Ja, ja, ich bin im Wasser. Ich komm nicht hoch. Jetzt. Was ist denn Paddel? Rechts, rechts, rechts. Ich seh nicht mal eins. Da. Ey, ich hab alles schon auf Ultra und ich seh das noch nicht mal auf die Entfernung. Okay. Ich hab's glaube ich nicht mal auf Ultra. Bruder, ich kann noch mal kurz gucken. Einstellung. Grafik. Extrem, extrem fantastisch. Weich. Schatten. Gibt's nicht mal ne Sichtweite? Ähm, ich seh aber eine Sichtweite und zwar, dass das Glut uns abhaut. Nein, macht's nicht. Oh, da ist ein Fass. Nebenbei. Ja gut, ich springe. Du kannst dir gerne das Fass holen. Kann man machen. Das Paddel reicht aber nicht mal so lange aus. Ich höre Bescheid, wenn's kaputt ist. Kaputt. Springen rüber, ich schwimm rüber, ich hole mir einen Baum schnell ein neues. Wow, wenn ich Kunststoff hätte. Das ist die einzige Kiste, ja. Da hat er eine Kartuffel in der Hand. Nein, zwei Steine. Äh, was macht denn der Hai? Hast du Köder ausgeworfen? Jo. Warum nicht? Das hättest du auch aufheben können für, wenn wir tauchen gehen. Ich hab ja jetzt schon wieder genug Köder. Nein, genug Fische. Gib mir mal das Steinchen, die du hast. Ja, ich warte, ich bin kurz beim Bauen. Ich muss hier auch noch einen Sperr bauen. Ja. Das ist auch gut. Ja gut, ich bin ganz kurz auf Klo. Ja. So. Zwei Nägel und Seile. Ja. So. Jungen Scheiß Holz. Sperr. Holz und Seile brauche ich. Wow. Sperr. Holz und Seile brauche ich. Wow. Nö. Okay. Ich dachte gar nicht immer so. Ey. Ey. Ich hatte den doch da schon. So reicht das aus. Noch ein verficktes Holz. Ich habe vier Stück gemacht. Und ich brauche nur drei. Ich habe vier Stück gemacht und ich brauche nur drei. Äh. Sperr. Da. Danke. Danke. Tschüss Kaputtersperr. Er brate die doch. Och nö. Arschloch. Ich brauche Holz. Und wieder hingesetzt. Rechts ist eine Insel aber ne. Wir gehen auf das Raft links oder schräg links vor uns. Äh. Das ist eine Gro... Oh. Ich dachte das ist eine große Insel. Ja. Aber nimm das Raft. Die Insel kriegen wir nicht mehr. Das Raft ist wir entspannt. Ich habe kein Puzzle. Achso. Dann mache ich Wader. Ich habe eins. Dann fehlt mir Haufen Seil und Planken. Ja boah. Hier Alk. Liegt da. Wat? Den ange ich. Ja. Ich schub da sowieso wieder drauf. Ja. Ach. Ich habe uns da ein drittes Netz drangehangen. Ja. Ich weiß. Das habe ich schon gesehen. Ey. Sammel mal bitte nicht alles an Holz ein. Der Ike braucht auch was. Sonst kann ich nicht ordentlich mitspielen. Was ist denn? Was ist denn mit den? Eieieieiei. Hier gab's ganz viel. Steine Schrott, Nägel, Glas Leck mich fest Warte mal, Glas? Ja, schon wieder Glas Oh Wait Scheiße, wir brauchen vier Vier Glas Eieieiei Eieiei Eie, da fehlt einiges Planken und Seil War da hinten was? Hast du ein Scharnier? Nein Hab aber wieder Hast du vier Schrott? Eieie, fünf Apropos, ich hab jetzt das, das, das Ich brauche Seile Jetzt lootet der schon wieder alles Ich brauche auch Loot Ähm, ich hab da erstmal was angepflanzt, Alk Weil ich eh weiß, dass ich's vergessen werde Schaust du einfach ein bisschen drauf? Noch Oh, ich kann's machen Moment Äh Damit wir auf der sicheren Seite sind Zweiten Anker So Ike, achtest du mir da auf das Bild, weil ich das Save vergessen werde zu gießen Äh, ja Ne, gießen musst du nur einmal Gießen musst du es nur ein einziges Mal Oh, dieser Hunger Hast du noch genug um eine Kiste zu bauen? Nein Du sagst ja immer alles ein Du sagst ja immer alles ein Ja, aber kein Plaster, nur Holz, um das Feuer weiter anzufachen Ich hab gerade mal zwölf Plaster und vier Holz Ja, guck, reicht doch für eine Kiste Ne, da fehlt noch ein bisschen was Ne, für eine Kiste brauchst du Achtungstoff, zwei Seile Ja Und einen Schrott, das kann ich dir zuwerfen Äh, äh Einfach die Kiste hier ist recht von uns auf der seite drei steine ein scharnier so ja ich muss hat er meine kartoffel geklaut ich habe nichts mehr zu essen hier was braucht eine vogelscheuche können wir schon bauen weil ich ja ich brauche noch ein blatt dann könnte ich so bauen und drei nägel habe ich so mit meinem krassen inhalt war es das auch wieder gut ich werde jetzt die folge hier und bis zur nächsten folge